Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von... Nicht hör mal, wer da hämmert. Gott, auf wahr! Auf Herausforderung, beziehungsweise auf schwer. Ich bin von Löher Gameplays als Hobby und ja, wir haben hier diesen wunderbaren Kristall in der Hand und müssen den hier reinbringen wahrscheinlich. Und jetzt öffnen wir mal das Tor und gucken, was passiert. Schau, vom Leben her, bei mir reicht das hier. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob ich hier kämpfen muss, aber wie es aussieht, nicht. Aber ein bisschen Leben, ja, das kann ich gebrauchen. Sonst gibt es hier nichts. Die große Truhe. Hämisches Eichhörnchen, Huhnbeschwörung. Hey, das ist cool. Das kenne ich von meiner Freundin. Solange ich das... Solange ich ja nicht kämpfe, kann ich das hier gut gebrauchen. Was haben wir hier? Makelose Schuppe der Welt. Oh. So, dann zeig mir mal das Eichhörnchen. Wo bist du denn da? Oh, aber klar doch. Ich lasse einfach alles stehen und ziehen. Dankeschön. Das ist doch sehr praktisch. Nur schade, dass es nicht irgendwie so ein Tastenkombinationen gibt, um irgendetwas schneller zu wechseln. Achso, das kann ich jetzt eh nicht mehr. Das ist doch ein Tastenkombination. hier oben haben wir natürlich platz zu kämpfen auf jeden fall aber jetzt sind hier auf der insel zwei so risse jetzt weiß ich nicht ob man zweimal wirklich hier kämpfen darf das blöde ist das muss er sich jetzt erstmal erholen und die runen magie von ein stäule mann damit ich die welt wieder nehmen kann so lange müssen wir jetzt leider warten vielleicht kann ich bei mir noch was verbessern das hier zum beispiel das wird sogar gehen das ein frost würde es dann machen war das eine katze oder war das ein kind ich glaube das ist meine katze ok das verbessern wir mal das machen wir mal voll das war eigentlich kann ist eigentlich ganz gut ach komm wir versuchen jetzt einfach das bisschen leben da ok das war mir so klar mal gucken was da rauskommt drei stück ok stufe 8 na das bringt ja überhaupt nichts drei stück toten kopf zwei stück stufe 8 einer 7 oder sowas habe ich glaube ich gesehen da das bringt ja überhaupt nichts da brauche ich gar nicht weiter zu probieren das ist zu heftig vor allem weil ich nur mit meinen fäusten angreifen kann mit meiner wo ich muss extrem mit meiner axt kann ich da nichts anfangen nee dann lassen wir das mal lieber ok aber was wir nicht lassen also ausprobieren tun wir zumindest hier unten jetzt noch diesen welten riss es könnte ja gut sein dass der welten riss hier unten auch nur eine art attrappe ist bei zwei stück am gleichen ort bei zwei stück am gleichen ort das kann ich mir nicht vorstellen schauen wir erstmal was hier drin ist ja ein apel drei von drei jungen die duns garten eine silberne medaille cool noch mehr leben wunderbar jetzt schauen wir mal ob wir hier kämpfen müssen welten stau welten risse schließen 9 von 18 hey wir haben die hälfte ok mehr geht hier auf der insel nicht dazu muss ich erstmal stärker werden das heißt wir sind die eigentlich jetzt soweit fertig ne jetzt können wir eigentlich hier zu unseren nächsten also zu uns in auftrag gehen um den wettstein zu holen hier wird es dann schlecht wie ich fahr genau hier links waren wir schon aber jetzt geht es noch nach rechts und da ist unsere nebenaufgabe um den wettstein zu holen und danach dürften wir eigentlich wieder weitermachen können mit unserer hauptaufgabe norfreaklammen herzlich willkommen wir müssen ja anlegen junge die tür ist zu karte aktualisiert auf geht's ins nächste abenteuer karte aktualisiert redeln lösen kommt mit mir wie nett so weiter weg und ein dunkler weg karte aktualisiert bitte behandelt den wettstein mit der größten vorsicht wenn ihr ihn habt das ist eine unbezahlbare reliquie karte aktualisiert und war Klauenbogen-Verbesserung. Oh. Mit dem Pfeil-Schaden schalten neue Klauenbogen-Fähigkeiten zum Kauf mit XP-Pfeil. Jawohl. Ja, cool. Das geht noch nicht. Das auch nicht. Das geht nur auf 5. Aber das könnte ich verbessern. Das Teil ist natürlich echt cool, finde ich. Aber eigentlich glaube ich, dass das hier dann besser sein würde. Das geht nicht bis Level 6. Stufe 6. Erhöht der Schaden mal bloß in Händen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Mit Händen kämpfe ich auch viel. Aber das kann ich generell noch nicht herstellen. Von daher könnten wir eigentlich die Armrüstung erstmal erhöhen. Okay. Achso, ja, da war noch was. Ich brauch noch so'n Lebensstein. Was führt euch zu mir, Freunde? Was führt euch zu mir, Freunde? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt kommt Atreus wieder dran, damit die Pfeile stärker werden. Nicht für Explosionen fügen bei Treffern im Betäubungsschaden zu. Oh, ich kann nur eins erhöhen. Machen wir erstmal das. Okay, weiter geht's wohl, würde ich mal sagen. Die Frage ist nur wo. Okay, da geht's wohl nicht lang. Ich begreife immer noch nicht, wie man den eigenen Vater töten kann. Das ist doch verrückt, oder? Ich weiß, wir kennen nur eine Seite der Geschichte. Aber bitte. Den eigenen Vater? Ich meine, klar, ich bin manchmal sauer auf dich, aber... Bist du? Ich meine, manchmal. Ja, ein wenig. Aber ich steche dir kein Messer an den Rücken. Nein. Das wohl nicht. Dieser Clan wollte wirklich nicht, dass jemand reinkommt. Wie sollen wir bloß hier durchkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu heben. Vielleicht mit dem großen Wasserrad. Das glaube ich auch. Eine Möglichkeit finden, das Gitter zu öffnen. Das finden wir. Genau. Was ist drin? Das ist drin. Oh. 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 Tja, Mann! Rettetisch! Denk mich nicht geschafft! Seiste! Haha! Sag mir wann! Joostra! Mach mir vor was! Ja! Ja! Mit dem möchte ich nicht tauschen! Nein! 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 Wiedergängerin hinter dir! Was? Bitch please! Mwahaha! Okay, jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Wie immer. Hier sollen wir noch ein bisschen was sein. Hängt etwas von der Decke runter. Da oben. Sonst nichts? Sonst nichts? Gah! 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 Eine Truhe! Gah! so das war es hier dann wohl da oben hängt noch was ist ja wie bekommen wir das ding zum drehen das ist da überhaupt noch dreht so kaputt wie das ist konzentriere dich buch coole sache muss doch nicht mal mehr viel machen da komme ich bestimmt irgendwie anders hin oh ein schatz das war glaube ich das mit den dings genau finderlohn genau das war genau da ist das rad im hintergrund sehr schön okay das war es hier wohl so dann fahren wir wieder ein bisschen boot es ist nicht immer einfach die stadt gut verstehe ich bin klein wo ist nur dieser witz stein das wieder nach ein bisschen kampf aus пад so sich ab 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 Oh, 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 oh. Ich bin bereit! Fahr! Lass uns! Lass uns! Lass uns vorbei! Fahrt! Lass uns! Lass uns! Lass uns! Sehr schön. Das war schwierig. Aber gut. Hm, bekommen wir einige Sachen hier. Wir werden echt noch so Hacksilber-Millionär. Puh, es mag zwar schwierig gewesen sein, aber es war geil. Tat gut. So, da oben habe ich was gesehen. Ah ja, okay. Hoben wir uns erstmal noch ein bisschen Geld. So, Atreus, lese mal vor. Hm, gut zu wissen. Er erzählt ja noch nicht mal. Ich muss selber lesen. Weißt du, da sagt er gut zu wissen, aber er erzählt seinem Vater nie, was da steht. Und ich als Vater darf natürlich nicht hier in sein Buch reingucken. Ich als Spieler schon, aber er als Vater nicht. Er steht ständig im Unwissenden. So, die Haaretzla-Farmadro, keine Ahnung, kennt man die brutale Geschichte dieser Lande. Vor der großen Flut und vor der Verwüßung lebten die Menschen friedlich im Midgard. Tote blieben tot, Trauger waren eine Seltenheit und seit ihrer Magie wurde als schädlich angesehen. Die B-b-b-b-pflegen die alten Bräuche. Bei ihnen bemisst sich der Wert eines Mannes an seinen Ungarn mit dem Schwert. Stärke. Unsere höchste Tugend. Dies sind raue Lande und hier ist kein Platz für die Schwachen. Die Starken werden im Leben und im Tod obsiegen und zu den Einherjahren nach Valhall gelangen. Die Schwachen werden ein mageres Dasein führen und zu der Unwürdigen in den Tiefen von Helheim kommen. Dies ist der Kreislauf des Lebens. Bis Ragnarik kommt. Das ist hart. Sie klingen ungefähr so freundlich wie ein Rude-Wulver. Hm. Huh. Was Junge? Was heißt hier? Wow. Das erinnert mich voll an Lara Croft hier, sowas. So, hier haben wir noch ein bisschen was rumliegen. Ja, damit. So, die Tür ist zu. Wie geht die auf? Keine Ahnung. Ich wünschte Mutter wäre hier. Hör auf zu jammern. Bei den ganzen schönen Kämpfen müsste er die Mama doch mal langsam vergessen. Natürlich nicht, aber trotzdem. Ich bin. Das war's für heute. ich höre schon wieder raben hier habe ich noch was übersehen wenn ich bin schon wieder ganz woanders hier ging es nirgendwo mehr hin hier geht es wieder so da waren wir gerade lang gegangen jetzt gehen wir hier lang was für wesen guter schoss aber schon fertig oh da geht es auch lang und jetzt ein jürgen hallo eine hax silber truhe sonst nichts ich hätte das gedacht ich habe hier voll den geheimgang gefunden so geheim war er jetzt auch wieder nicht so wie viele erfahrungspunkte haben wir mittlerweile wieder 6000 gut dann können wir nämlich hier von adreus das letzte hier auch noch machen und hier das letzte so adreus ist fertig da oben was ist da drüben passiert familien angelegen eine häscher schiff untersuchen ach so da so dann untersuchen wir mal das häscher schiff das ist der sohn der ist wohl tot von dem geist wirklich das siegel es passt zu dem dolch den sein vater im rücken hatte er hat gekämpft ist aber nicht geschafft es war verrat verrat erzeugt verrat dass der junge seinen vater ermordet hat hat ihnen wohl nicht gefallen er wollte ein anführer sein und verlor sein leben mag sein da kleiner zu seinen füßen der witzstein ja damit schlugen sie ihm den kopf ein wirklich schluss oh nein bereit machen aua nein ich konnte nicht mehr weg Fresse. Das war wohl nichts. Oh, kann mich gar nicht treffen. Oh, was haben wir denn hier? Zerbrochener Panzerhandschuhe der Zeiten. Episch, Talisman. Ein uralter Reliquier-Hels, die im Ganzen für Zumächtige gehalten wurde. Frag mal, die der früheren Stärke liegen, verstreut in den Welten. Mhm. Was macht das? Ein... Zum Aktivieren drücken. Ja, cool. Weshalb haben sie wohl den Betzstein zurückgelassen? Wenn Sindri ihn haben will, muss er sehr nützlich sein. Tja, kleine Hescher haben ganz klare Prioritäten. Was nicht glänzt, wenn man nicht essen oder trinken kann, kann man auch als stumpfen Gegenstand benutzen. So, eine große Truhe noch und dann hören wir auf. Wir sind schon bei 32 Minuten. Oh yeah, Hacksilber. Ganz viel. Okay. Guck mal, wie viel Silber hier rumliegt. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, das war's mit God of War. Auf Herausforderung, beziehungsweise auf schwer. Zumindest bei diesem Teil. Ich spiele natürlich noch weiter. Ich hab' morgen Nachtschicht, da muss ich mich vorbereiten und zwar diese Nacht noch durchzocken, damit ich mich in den Rhythmus gewöhne. Das heißt, ich kann auch viel spielen. Ja, also, wie gesagt, das war God of War. Auf Herausforderung, beziehungsweise schwer. Mit von Löher. Gameplays als Hobby. Und, ja. Wenn ihr meine Videos mögt, dürft ihr gerne mal ein Gäumchen nach oben geben. Ihr dürft mich gerne abonnieren, damit ihr nichts verpasst und weitergucken könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Teil auch wieder einschalten würdet und komplett mit zuschaut. Auf jeden Fall, für Anregung dürft ihr mir auch gerne mal einen Kommentar schreiben. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Seite beziehungsweise auf YouTube generell. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffe ich doch. Auf Wiedersehen.